Hier beim Trainingsanzug ist es besonders gut, dass diese Linien hier eingenäht sind. Alle machen einfach nur so. Die drücken einfach nur so. Die Hände, die gehen eigentlich hier hin. Das ist wie beim Sumo. Hier hin. Früher wurde so gedrückt. Es war gut, dass das nur Männer waren. Deswegen wurde immer von den Frauen geklagt, bitte nicht so seltsam. Die Dinge lehren. So, lange zu Hause, zu mir und den Frauen. Genau hier unten rein. Mit diesem Gefühl. Die Daumen. Und so. So ist nicht gut.